Hallo Leute, ich bin's wieder, Dani, meine Zahlig und herzlich willkommen zu einem neuen Mieter von mir. Ich habe mich gerade gebückt, bin auf der Terrasse von unserem Hotel in Honolulu. Wir sind nämlich auf Hawaii, ein Baum ist bald geworden. Ja, aber es ist super, super windig. Es ist auch etwas bewölkt. Wir haben aber auch gerade erst 7 Uhr in der Früh und ich bin einmal gespannt, was Hawaii uns zu bieten hat. Ich nehme euch heute einmal mit und ja, wir sehen uns dann. Wir sind dann in unserem Mietwagen und wollten eigentlich zum Diamond Head, also ein beliebtes Ziel. Aber da gab es leider keine Parkplätze und wir wurden zurückgeschickt. Wir sind dann also den Highway entlang gefahren und haben diesen wunderschönen Strand gefunden. Ihr seht, diese Wasserblau-Türkis-Töne sind einfach unglaublich schön. Und auch dieses Grüne mit dem Sand, so habe ich mir Hawaii vorgestellt. Also, wir begrüßen uns gerade in Honolulu beim Coco Head. Seht ihr das da oben? Das sind so kleine Treppenartige, Stege, Dinge, was weiß ich. Und da klettern wir jetzt raus. Also, komm mit! Hier seht ihr eigentlich auch schon den Beginn des Wanderweges quasi. Eigentlich ist es kein Wanderweg, sondern das sind über 1000 Treppen. Genau genommen ist es so ein, wie soll ich sagen, so eine Eisenbahnschiene. Ja, im Endeffekt sind das dann diese Bretter da und das sind über 1000 Stück. Ab und an habt ihr echt eine sagenhafte Aussicht von dort gehabt, wenn ihr runtergeschaut habt. Aber ich habe diesen Weg echt unterschätzt, weil je weiter rauf du gekommen bist, desto steiler wurde das Ganze. Und wir hatten kein Wasser mit nichts. Ich bin gestorben, Leute. Ich bin echt gestorben. Und ab und an war das Ganze auch ziemlich gefährlich, weil wie ihr hier seht, schaut ihr eineinhalb Meter tief, beziehungsweise da vorne zwei Meter weiter runter. Da ist nichts. Ich habe verzweifelt oben versucht zu vloggen, aber der Wind war einfach zu stark. Aber hier seht ihr noch einmal das wunderschöne türkisblaue Wasser. Auch Honolulu, die Stadt, ist echt gigantisch. Also wirklich mega. Und wir hatten auch echt glücklich den Wetter, weil bis wir oben angekommen sind, waren die Wolken auch schon irgendwie weitergezogen. Nur ich habe mir dementsprechend dann auch einen Sonnenbrand geholt. Aber ja, ich will jetzt nicht so lange labern. Schaut euch einfach mal die wunderschöne Aussicht an. Ja, dann ging es eigentlich auch weiter runter. Und ich muss sagen, der Weg nach unten war eigentlich anstrengender, als ich gedacht habe. Weil oben war es eben, also der Weg rauf war natürlich anstrengend, weil wir kein Wasser mit hatten. Aber dieses Bremsen, ich bin so oft ausgerutscht. Ich dachte, ich sterbe bis unten. Also Leute, seid froh, dass ihr das nicht gesehen habt. Ja, Leute, wir sind jetzt hier an einem Stopp. Ihr seht, dass der ist so schön, aber es ist so kalt. Ich bin nicht reingegangen. Ich bin gerne vorne von mir jetzt jetzt. Es ist verdammt windig. Und es sagt, ich bin jetzt nicht mehr so schön schminkern, sondern windig. Ich bin normalerweise nicht geschminkern, schminkern. Aber im Endeffekt, weil ich vorhin geschminkern, ist eher so eine schminkern. Wie ihr hört, war es so windig, dass man mich nicht einmal gehört hat. Also der Wind war echt ein Wahnsinn. Es hatte zwar 20 Grad, aber dieser Wind hat es so unverständlich gemacht. Aber wie gesagt, das Wasser ist einfach traumhaft. Der Strand war auch richtig sauber. Das einzige Thema eben, das Wasser, es ist eben der Pazifik, war eiskalt. Also ich konnte nicht reingehen. Meine Freundin war drinnen. Und ja, aber es war echt ein hübscher Strand. Ja, Leute, wir gehen jetzt den Diamond Head drauf. Das ist quasi so die Hauptattraktion in Honolulu. Ja, so schaut jetzt der Fahrt aus. Wesentlich besser als der erste Fahrt heute. Ja, wie ihr seht, ist auch die Route echt besser als der erste Fahrt. Und wir spazieren jetzt einmal raus. Und ich bin auch auf die Aussicht oben gespannt. Ja, aus dem Flugzeug hat der Diamond Head nämlich echt cool ausgeschaltet. Hier sind auch kaum Menschen, obwohl das eigentlich das beliebteste Ziel auf Oahu bzw. in Honolulu ist. Es ist nämlich so, dass wir ziemlich spät dran waren. Eigentlich hatte das Ganze auch zu. Man zahlt quasi auch eigentlich ein wenig Eintritt. Und dadurch, dass wir in der Früh da waren und alles besetzt waren, haben wir uns irgendwie reingeschlemmt. Ja, sie haben uns trotzdem reingelassen und wir waren die letzten Menschen da oben. So, Leute, wir haben Spaß geschafft. Die Aussicht ist echt gigantisch. Und wir sind noch nicht einmal ganz oben. Also seid gespannt. Ja, wie ihr seht, die Aussicht ab und an echt wunderschön. Und schade war es eben, dass es nicht so rüberkommt auf der Kamera. Vor allem, weil es so verregnet und vernebelt dann in der Ferne war. Also echt schade, aber es war echt mega. Ja, und wie ihr seht, wurde es dann auch ein bisschen unheimlich, weil es gab so einen Tunnel, den man passieren musste. Ich habe dann später gelesen, dass oben auch früher so Militärstützpunkte, oben Basen waren. Genauso wie am Coco Hat, weil da oben war auch eine Militärbasis bzw. so ein Bunker. Das wusste ich davor nicht. Also die Amis im Ersten und Zweiten Weltkrieg. Also im Honolulu ist ja eigentlich auch Pearl Harbor bzw. auf dieser Insel. Also echt, echt krass eigentlich. Musik 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 Ja, Leute, wie ihr seht, sind wir jetzt auch oben angekommen. Ja, ich muss sagen, die Aussicht wäre viel besser, während dann nicht diese Wolken. Unten ist alles vernebelt und es regnet. Aber ja, ich bin oben und ja, ich bin oben am Diamond Head. Was soll ich sagen? Ja, die Aussicht, wie gesagt, wäre viel besser, während dann nicht diese Wolken. Aber direkt bei mir waren dann noch einige Sonnenstrahlen. Mir war dann auch richtig heiß, ich habe meinen Pullover ausgezogen. Und was passiert? So ein großes, rattenartiges Tier, so groß circa wie ein Marder, ist auf einmal neben meinem Pullover. Ich hatte Angst, ich habe geschrien. Da war aber kein Mensch, Leute. Gebt euch die Aussicht, die ist mega, 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 mega. Also die ist echt voll schön. Und es ist halt nur schade, dass das Ganze vernebelt ist und ein bisschen regnet ist. Aber oben ist es nicht einmal so windig wie in den restlichen Teilen. Also ja, das war es einmal von Honolulu. Wir fliegen morgen weiter auf die Jurassic Park Insel. Sehr gespannt und tschüss, bis zum nächsten Mal. Bye.